Oso findet nix, der hat schon wieder, ja, nicht aufgepasst, da ist nix, irgendwas fehlt uns da noch, Brut, ok. Ja, Leute, es nutzt nix, wir müssen da einfach weiter, so eng, kommen wir da noch ein paar? Nö? Gasflasche, es sieht so aus, gell. Also, die Werkstatt ist ja auch nicht schlecht. Ist das schon alles hier? Ok. Ok. Dann suchen wir mal. Na gut, das war wieder notwendig. Die haben wir sicher am Anfang irgendwo übersehen. So, jetzt werden wir halt dann aber nicht weg, gell? Was ist denn mit dem, Heinze? Oh, der hat uns aber schön im Korn. Hey, die anderen! Hey! Hey, die anderen! Das gibt es doch nicht weiter. Alter, komm her! Kann ich denn von der Seite nicht irgendwie? Ja, das kommt ja nicht. Hey, hier drüben! Na gut, Leute, hier! Hier, er ist da drüben! Da ist er! Mach ihn fertig! Da ist er! Wir gehen unter! Da ist er! Da ist er! Wir sollten da ein wenig auf den Mund achten, gell? Da ist er! Leute, das kommt ja wieder nicht gut an! Wer macht uns fertig? Wer macht uns fertig? Da komm her! Da komm her! Da ist er! Da ist er! Der schlachtet uns ab! Hol ihn dir! Er ist da drüben! Da ist er! Fuck, Leute! Okay! Haha! Na sehen, was er so dabei hat! Ich werde da gleich mal ausrüsten, die Schrotflänge! Und dann den Adrenalinstoß einsetzen! Und dann den Adrenalinstoß! Und dann den Adrenalinstoß! So, Leichen gibt es da jetzt genug zum Plündern! Das machen wir doch auch gleich! Da! Komm her! Und? Ja, wir haben den Adrenalinstoß gebraucht anscheinend! So, alles Pistolen, Munition und Adrenalinstoß vorbei! Okay! Granaten! Da hätten wir! Haha! Ja, klasse! Haha! Reinlaufen können! So! Wir haben es überstanden, Leute! Und den... Oh, fuck! Was ist denn jetzt schon wieder? Sind die Jungs noch immer nicht fertig mit mir? Hahaha! Ah, fuck! Komm her! So, wir suchen noch ein Weg! Da! Da ist nix! Da ist nix! Da ist auch nix mehr! Und ich wollte den unbedingt da... Blündern! Der mit seiner blöden... Mh... Mit seinem blöden Maschinengewehr! Da ist auch noch was zu knacken! Das machen wir auch gleich! Knackbares Schloss! Du brauchst einen Schlossknacker! Ja, haben wir ja! Oder? Wir haben ja zwei Stück davon! Wir haben ja zwei gemacht! Was ist denn jetzt los? Inventar? Schnell! Komm her! Wo ist denn das Inventar? Komm her! Schlossknacker! Wir haben ja noch einen! Da ist er! Ja! Okay! Machen wir das auf! Ah! Fehltritt! Wir sind reich, Leute! Wir sind reich! Aber wie? Wir sind reich! Hahaha! Gott sei Dank! Hahaha! Gut so! Ähm! Da kommen wir raus! Und da gibt's nix mehr für uns! Leute! Ich denk das war's wieder mal! Um meinen Safe zu machen! Und auch gleich einen Schnitt! Ich schau mich hier noch ein wenig um! Und wir sehen uns dann beim nächsten Video! Wenn ich da mit den Ersatzteilen zu meinem Mechaniker fahre! Okay! Ich hoffe ihr hattet Spaß! Wenn ja macht ein Abo! Wenn nicht dann sagt sie nicht weiter! Und wir sehen uns hoffe ich bald wieder! Schönen Abend noch! Euer Doso! Ciao! Ciao!